Hi und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute wieder eine Blitz-Session von mir mit zwei gespielten Blitz-Partien und in der zweiten Partie habe ich jetzt einfach mal so aus Spaß haben gespielt. E4, E5, Dame H5 und ich sage euch wie es ist, ich habe die Öffnung auch sehr auf Langzeit gespielt und auf sehr hohem Niveau, also gegen 2000er gespielt, habe einen sehr sehr guten Score damit. In der Partie werdet ihr so ein bisschen die Ideen davon verstehen und ich hoffe, ihr euch amüsiert dieses Video und viel Spaß dabei. Okay, wir spielen hier gegen Igor Nepo und ich glaube, ihr seht es schon ein bisschen, ich habe ein bisschen meine Kamera umgestellt, das heißt, ich schaue so mehr Richtung Kamera, als dass ihr mich seitlich sieht. Und ja, also wir spielen jetzt mal die Karokander-Öffnung, er spielt hier das 2-Springer-Spiel, ziemlich starker Gegner. Ich habe mir gedacht, welches System ich spiele, Hauptzug ist Läufer G4 und Blitzen spiele ich gerne mal so Nebenvarianten, ich kann glaube ich mal nehmen und Springer 6 spielen. Hier schlägt er 6, Läufer C4 ist jetzt ein Zug D4, okay, jetzt haben wir eine normale Struktur, kurze Ruchade, ich spiele mal den Zug Turm E8, ich spiele damit E2, spiele ich Läufer E6 und er ruchiert lang. Ich könnte auf A2 nehmen, tatsächlich, weil auf B3 Läufer A3 matt ist. Ich könnte auch, ich bin nicht sicher, was ich am besten jetzt mache. Okay, also wenn ich nehme, kann ich auch C4 spielen, dann spiele ich B5, sehe ich gut. Ich spiele C4, dann spiele ich jetzt B5, auf B3 kann ich nehmen und immer noch Läufer A3-Schach spielen. Und wenn er jetzt hier nimmt, dann öffnet sich die C-Linie und hat schon diesen Problem, also der Aufbau ist schon ziemlich, ziemlich fragwürdig, was er gemacht hat. Jetzt kann ich auf C4 einfach nehmen und sagen, okay, ich habe den Bauern gewonnen und den C6 kann er hier auch nicht nehmen nach Springer D7. Okay, vielleicht nimmt er den auch gar nicht raus, aber ich würde Springer D7 spielen, okay, ich spiele vielleicht Springer D2, um so den Bauern rauszunehmen. Dann überlegen, spiele ich da an B6, dann spielt der Springer, schlägt, vielleicht nicht zielführend. Vielleicht spiele ich erstmal Springer D7 und dann meinen Springer nach B6 und bringe ihn nach D5. Das Feld auf D5 ist sehr schwach, wenn ich da meinen Springer reinbekomme, ist gut. Er kann natürlich jetzt auf D6 nehmen, aber dann hat er am Ende diesen katastrophalen Läufer, muss man so sagen. Der quasi wie ein Bauer wirkt. Und wir stehen gut, wir stehen auf jeden Fall gut. Er nimmt auf B6, ich nehme zurück mit dem Bauern, ist die A-Linie offen. Dann kann ich jetzt B5 machen und B4. Weiter Druck ausüben auf seine Stellung. Und vielleicht spiele ich doch den Zug da in B6, auf D5 spiele ich C5. Ich kann auch Dame D7 und Dame C4 Schacht drohen, äh, Dame F5 Schacht drohen. Und hier über die weißen Felder könnte ich angreifen. Aber B4 ist hier schon eine kleine Drohung. Und dann Dame F5 Schacht. Mal schauen. Wahrscheinlich spielt er auf B4, Dame D3. Aber ich habe jetzt erstmal einen Meerbauern. Klar ist er nicht der schönste Meerbauern, aber es ist einer. Mit C5 nimmt er, dann ist mein Läufer gefesselt. Ich kann hier auch Läufer B4 spielen und dann C5. Auf jeden Fall interessant. Ich kann auch F5 spielen. Ich glaube, F5 ist gut. Dann spiele ich F4. Quasi meinen Meerbauern, den ich habe, ist dieser Bauer. Der spielt jetzt G3. Jetzt kann ich hier Turm E4 spielen oder Dame E6. Ich glaube, Dame E6 ist ziemlich gut. Ich kann hier einen Damentausch anpeilen. Oder ich stelle meine Dame auf D5. Er spielt hier B3. Dann spiele ich meine Dame E4. Ich falle hier mal diesen Damentausch an. Wenn er nimmt, habe ich hier wirklich einen ganzen Bauern mehr. So kann er noch argumentieren, dass ich einen Doppelbauer habe. Man sagt auch oft, dass ein Doppelbauer ungefähr ein halber Bauer nur wert ist. Aber so, ich finde diesen Bauer hier ziemlich stark. Ich drohe gleich F4. Er tauscht ab. Ich muss zurücknehmen. Jetzt kann ich mit dem Bauern nur zurücknehmen. Macht er. Okay, jetzt habe ich wirklich einen Bauern mehr. Nur Turm A2 Schach. Schwer zu decken auch. Er kann zwar König B2 spielen. Macht er auch. Ich kann jetzt einmal F5 spielen und den König heranbringen. Und Turm A6. Ich glaube, F5 ist ziemlich gut. Turm C1. Turm A6. Und den König nach D5 ziehen. Bisschen Zeitprobleme. Kein Problem, würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich würde sagen, ich muss auf jeden Fall schnell bleiben. Den König schnell nach D5. Und dann langsam meine Mehrheit schieben. Und den Brüder später zurechtrollen. König hier 6. Ich denke mal G4. Und dann spiele ich F4. Ja, also. Sehr schönes, sehr schönes Spiel. Eigentlich bis jetzt einfach mehr bauen. Und ich werde ihn jetzt einmal mit der Zeit zerquetschen. Spiele jetzt den Zug F4. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Aber es sieht ganz gut aus. Dann König D5. Da spiele ich jetzt ganz schön runter. Und B4. Auch jetzt nicht der schönste Zug. Ich kann jetzt Turm A4 spielen. Den Bauern angreifen. Spiele König B3. Spiele ich Turm A1. Und gehe auf die Bauern hinten los. Er kann aktiv werden mit Turm A2. Aber der Bau ist mir das wert. Dann kommt auch E3. Früher oder später. Läufer C1. Könnte ich E3 überlegen. Und F3. Dann hängt dieser Läufer. Also nicht hängen. Aber dann durch F2. Aber ich habe es auch gar nicht nötig. König D4 geht nicht. Läufer B2 Schach. Ich könnte Turm B1 Schach spielen. Ja. Turm B1 ist sehr gut. Wenn er jetzt zum Beispiel Läufer B2 spielt. Dann habe ich die Option E3 zu spielen. Und nach Nehmen nehmen. Ist der Bauer zu stark. Und mein König kommt auch weiter rein. Bzw. ich kann mir auch erstmal überlegen. Turm H1 zu spielen. Dann spielt er aber vielleicht Turm C3. Er spielt den Zug. Jetzt kann ich wirklich nehmen. Und ja. Die Stellung ist total geworden. Also Läufer A3 geht auch nicht. Wegen Turm A4. Er spielt Läufer B2. Ich kann es schon fast überlegen zu nehmen. Aber. Mache ich jetzt natürlich nicht. Wir wollen das hier sauber zu Ende spielen. Wir spielen hier Turm C4. Wir wollen Turm tauschen. Und ja. Ich probiere hier mir einen Freibau zu bilden. Entweder mit auf Turm E2. Überlege ich mir sogar den Zug F3 zu spielen. Stell hier den Bauer auf Weiß. Und will hier irgendwann den Zug E3 spielen. Um hier einen Freibau zu bilden. Also ich rechne eigentlich jetzt mal langsam mit einer Aufgabe. Weil. Die Stellung einfach wirklich nicht mehr schön spielbar ist mit Weiß. Entweder ich spiele gleich Läufer D2. Und dann E3. Oder ich spiele E3. Ne ok. Ich spiele Läufer D2. Also ich wollte E3 spielen. Und dann kann er nehmen. Und dann F2. Aber dann hat er vielleicht E4 Schach. Das ist ein bisschen unangenehm. Deswegen spiele ich erstmal Läufer D2. Probe vielleicht hier solche Schachs. Und jetzt E3. Aufnehmen nehme ich jetzt einfach zurück. Kann auch F2 spielen. Tatsächlich. Und dann drohe ich Läufer E1. Auch sinnvoll. Man muss hier Turm F1 spielen. Dann spiele ich. Entweder Läufer E1 oder Läufer schlägt E3. Bin ich hier noch nicht sicher. Aber E1 gefällt mir schon mal sehr gut. Wenn der Turm da hinten steht. Und dann einfach mit dem König ranlaufen. Frage ist ob ich es nötig habe. Sieht natürlich schön aus. Also Läufer E1. Ja. Der König kommt hier nicht über die C-Linie. Ich spiele jetzt einfach. Weil es einfach so schön aussieht. Und ich laufe jetzt einfach ganz bequem mit dem König darüber. Entweder auf dieses Feld. Oder auf dieses Feld. Und vertreibe ihn einfach. Hoffe ich verpasse hier keine Ideen. Wie Läufer B4 oder so. Aber da bin ich drauf. Ja. Schöne Partie. Echt sehr sehr schön runtergespielt. Ja. Jetzt langsam wird es auch klar und deutlich. Lauf eigentlich wirklich das aufgibt langsam. Läufer F8. Ich könnte jetzt darauf reagieren. Und den Bauern vorziehen. Aber. Ja. Der Bau ist es auch nicht wert. Ich kann auch einfach den Bauern nehmen. Ich nehme ihn jetzt einfach. Wenn er jetzt den nimmt. Dann gehe ich wieder 1 vor. Und ich habe einen ganzen Turm mehr. 20 Sekunden. Also. Langsam. Wird es knapp. Für den Kollegen. In 2.200. Locker. Geschlagen. War jetzt echt nicht die anstrengendste Partie. Ähm. Habe hier einen Patzer drin sogar. Aber. Das kenne ich wo. Vielleicht hätte ich irgendwo schöner spielen können. Aber ja. Sehr schöne Partie. Schauen wir mal was die nächste einbringt. Okay. Wir spielen hier gegen Rentner 56. Aus Bosnien. Aber ich glaube mal. Dass er irgendwie deutschsprachige Beziehungen hat. Ähm. E4. E5. Okay. Ich spiele mal Dame H5. Bisschen. Bisschen lustig zu sein. Ähm. Die Patzeröffnung. Eigentlich eine sehr anfängerhafte Öffnung. Man sollte nicht die Dame zu viel rausziehen. Ich spiele D6. Das widerlegt das Ganze natürlich nicht. Ähm. Dame F3. Dame F6. Ich spiele C3. Und. Ich spiele C6. Spiel D3. Ich habe jetzt. Zwei Figuren entwickelt. Äh. Ja. Ist jetzt nur die Dame. Ähm. Jetzt nehme ich hier raus. Die Dame steht schon ziemlich blöd. Ich spiele mal Dame E2. Und vielleicht komme ich zum Zug F4. Oder ich spiele mal Springer F3. Und drohe hier so ein bisschen den Zugläufer G5. Erinnert er mit H6. Läufer E3. Äh. Nehmen wir mal auf C4. Und ich mag diese Stellung sehr. Wirklich sehr viel Weiß. Weil ich hier auf der D-Linie richtig viel Druck üben kann. Der Bauer ist hier super rückständig. Klar, ich habe einen Doppelbauern. Aber nach Turm D1, Turm D2 und Turm FD1. Habe ich hier auf jeden Fall ein gutes Spiel. Auf diesen Bauern. Und ja. Seine Figuren stehen alle sehr komisch. Also. An seiner Stelle würde ich die Figuren anders hinstellen wollen. Jetzt beispielsweise nach Ruhade. Verliert schon einen Bauern. Nach Dame D2. Ich könnte immer noch Dame D2 spielen. Aber ich. Ah. Ich hätte vielleicht Turm D3 spielen sollen. Ein bisschen ungenau. Wobei. Turm D3 werde ich vielleicht mit Springer G5 angegriffen. Deswegen spiele ich Turm D1. Gehört den Bauern an. Er spielt Springer B8. Ziemlich sicher. Oder Springer F8. Springer F8. Hat noch ein bisschen mehr Sinn. Den Springer nach E6 zu stellen. Aber. Er hat auf jeden Fall Schwierigkeiten. Ich kann hier A4, A5 spielen. Die Bauern an greifen. Ich spiele Springer C8. Ähm. Okay. Muss nicht sein eigentlich. Vielleicht hat er Angst vor C5 oder so. Ich weiß es nicht. Aber jetzt. Vielleicht der Zug B4. Und irgendwann C5 zu drohen. Er spielt Ruhade. Aber jetzt hätte ich gerne diesen Bauern auf A6 angegriffen. Kriege ich jetzt nicht mehr hin. Aber ich spiele mal Turm D3. Und drohe hier ein bisschen damit D2. Aber nicht wirklich. Mal schauen. Ähm. Er hat am Ende auf jeden Fall immer diesen schlechten Läufer auf G7. Wenn er jetzt G4 spielt, kann ich Springer E1 spielen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ähm. Ich hätte es natürlich mit H3 verändern können. Aber. Die andere Frage ist, ob er nicht dann trotzdem G4 spielt. Okay. Jetzt überlege ich mir natürlich C5 zu spielen. Ähm. Nehmen. 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 Und der Turm hinten hängt. Und ich drücke auf diesen Bauern aus. Was er machen kann, ist vielleicht D5 und E4. Aber dann überlege ich mir auch einfach zu opfern. Okay. Spiel hier D5. Ich bin mir ziemlich sicher. Er spielt auch E4. Den nehme ich raus. Und nehme auf C6. Und jetzt nach Dame schlägt C6. Turm schlägt D7. Sieht das eigentlich ganz gut aus für mich. Sieht das sehr gut aus für mich. Weil ich hier, glaube ich, zu einem gewonnenen Endspiel komme. Ich drohe hier Turm D8 Schach. Der Springer hat einfach nicht so viele Felder. Klar, jetzt Springer E7. Ähm. Aber. Ich kann mir sowas überlegen. Ich kann mir C6 überlegen. Ich kann C schlägt B6 überlegen. Ich kann mir überlegen, den Turm zu nehmen. Ich kann auch Springer D2 überlegen. Das ist ein bisschen die Qual der Wahl. Ähm. Okay. Was ich machen kann, ist nehmen, nehmen und einfach Läufer schlägt B6. Und ich habe drei Freibauern. Ja, ich habe einfach drei Bauern mehr nach der Stellung. Wow. Äh. Das machen wir auch. Ich hoffe, dass ich nichts einstelle mit der Grundlinie. Ähm. Ist auf jeden Fall. Muss man berechnen. Läufer schlägt B6. G4. Und dann habe ich Springer D2. Vermute ich. Und nach Schach kann ich Turm E1 spielen. Ist zwar ein bisschen unnötig, das zuzulassen. Aber ein Bauer ist ein Bauer. Den nehme ich jetzt raus. Springer D2, Turm E1, Springer F1. Kommt auch so. Ja. Ja. Frage ist, ob man das ausnutzen kann, dass mein Springer jetzt unten gefessert ist. Aber ich glaube eigentlich, dass ich ganz gut stehe. Ich glaube, dass D4 geht. Also ja, die Öffnung, ziemlich, ziemlich wild. Dass man sowas überhaupt spielt. Ich habe tatsächlich das auch schon oft Langzeit gespielt. Und einen sehr, sehr guten Score. Also, ich habe eine Partie verloren von 11. Dann habe ich auch aufgehört zu spielen. Das war so ein bisschen meine Aussage. Ich hätte viel früher damit aufhören sollen zu spielen. Also ich hätte gar nicht die 11. Partie damit spielen sollen. Aber ich dachte mir so, ich spiele so lange, bis ich mal verliere. Und dann hat sich mein Gegner damit vorbereitet. Und klar, der Computer, der widerlegt schon dieses Prinzip, die Dame früh rauszuziehen. War natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber naja. Ich habe damit auch sehr, sehr viele positive Erinnerungen gesammelt. Und jetzt ist die Frage, was mache ich? Mein Turm hängt. Ich kann Schach geben. Ich kann Turm E7 spielen. Ich glaube, ich spiele Turm E7. Ein bisschen anpinnen. Er will jetzt natürlich, dass ich Schach gebe. Er wegzieht und ich den Zug wie A4 mache. Und er dann Spinger F3 Schach gibt. Und dann meinen Turm nimmt. Was ich nicht so schlimm finde. Aber muss ich jetzt auch nicht zulassen. Die Komplikationen. Die Frage ist, was will er eigentlich? Der kann auch sowas wollen. Und meinen Spinger hier angreifen. Wäre natürlich nicht nett. Aber ich spiele jetzt erstmal... Ich spiele erst Atom E7. Aber Springer... Ah. Mist. Habe ich das jetzt eingestellt? Springer C4 muss ich das verhindern. Aber ich habe Läufe E3. Muss ich jetzt spielen. Ich will jetzt auch nicht zu viel reden. Beziehungsweise schon. Aber ich will jetzt nicht zu sicher sein, dass ich die Partie gewinne. Merkt mal, dass F5 irgendwann Zug ist. Aber ja, ich habe Turm D4 vielleicht. Was mich so halbwegs lettern. Ich habe am Ende auf jeden Fall diese zwei Bauern mehr. Also diese drei Bauern. Und wahrscheinlich verliere ich jetzt einen. Aber... Ich kann zum Beispiel Turm C4 spielen und den Bauer nehmen. Den nehme ich jetzt auch. Springer ist hier immer angegriffen. Kann ich den Zug B5 spielen? Vielleicht Springer E3 spielen. Ja, H4. Greift den Bauer an. Auf Turm C1. Kann ich hier nehmen. Springer D2. Kann ich hier nehmen. König F7. Und habe dann immer noch drei Bauern mehr. Aber ich will hier nicht meine Figur einfach abgeben. Nichts. Deswegen spiele ich jetzt erstmal Turm D4. Und nehme diese Drogen hier raus. Er nimmt auch H4. Und... Jetzt spiele ich. Drei. Gibt nichts. Hm... Ja, dann muss ich jetzt irgendwann meine Bauern einfach vorziehen. Ähm... Ja... Mach ich mal mit... Mach ich das am schlauesten. Vielleicht mit A4. A5. A6. Bis A7 vorlaufen. Ja, H4 war jetzt ein bisschen suboptimal. Weil... Ich kann nicht mit G3 spielen. Ich dachte eigentlich, dass ich den einfach rausnehmen kann. Aber Springer D2 wieder. Hm? A5. A6. 6 Springer B6. Vielleicht spiele ich B5 Springer A5. Naja. Springer B6 hat er halt. Aber... Ja. Ich bin mir gerade auch nicht mehr so sicher. Wie ich das am schlauesten verwerte. Jetzt kann ich den H4 auf jeden Fall nehmen. Wenn ich den Springer wirklich endlich mal ins Spiel bringe, dann ist das auf jeden Fall gut. Ähm... War so unnötig bis jetzt gespielt. Und ich habe 48 Sekunden. Kann zwar B5 machen. Werde ich auch machen. Und für den H5. Den Bauern hier irgendwie decken. Aber... Ganz überzeugt bin ich von meinem Spiel auch noch nicht. Leider. Ähm... Nummer 5. Öff 5. G4. Ähm... 2 hier zum schlausten. Ich glaube, ich greife den Bauern hier an. So, Schach. Äh... Deck den Bauern. Ich bespringe E3. Wenn ich jetzt durchspinge, jetzt E4 Schach. Ähm... Drum hier. 33 Sekunden, ey. Das wird schon wieder so unnötig knapp. Aber... Ich werde auf jeden Fall... Plan ist das Gewinne. Ich bin auch noch optimistisch, dass ich das Gewinne. Wäre ein bisschen traurig, wenn nicht. Ähm... Spinge E5. Soll ich den nehmen? Nehmen springen sie 4. Nehmen. Kompliziert auch. Schon wieder gedacht. Äh... Spiel, glaube ich mal, Turm... Hier hinten. Und... Zur Unterstützung. Jetzt tot B6, B7. Und dann, dass ich auf B8 durchziehe. 19 Sekunden. Also das wird jetzt... Sehr, sehr knapp. Ähm... Macht er gut. Schach. Eckrad. Nummer 8. Unnötig schlecht. Und hier. Kann er zwar nehmen, aber dann spiele ich A7. 11 Sekunden. Und fessel ich. Und spiele A7. Auf den habe ich springe jetzt die 4 Schach. Auf den kann ich vielleicht... Schach und Turm A6 spielen. Gut. Wenn er nimmt, nehme ich hier. Wenn er nimmt, nehme ich zurück. Und ziehe durch. Okay. Sehr, sehr schönes Finish. Am Ende. Ähm... Wow. War das richtig unnötig am Ende. Sehr knapp gemacht. Aber ja. Die Idee war jetzt... Ähm... Wenn er hier nimmt, zieht sie damit durch. Und wenn er... Hier nimmt, nehme ich zurück. Und er kann A8 nicht verändern. Okay. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Heute von einer anderen Perspektive. Schreibt mir gerne, ob die Perspektive besser ist. Oder... Ja. Ich wünsche es zeitlich zu sehen. Und ja. Für weiter solche Videos, abonniert den Kanal. Lasst ein Like und Kommentar da. Und viel Spaß beim nächsten Video. Wir sehen uns. Ciao. Bis zum nächsten Mal.